So, wir versuchen jetzt mal hier einen Stein zu erwischen, das mir... Na, warte mal, ich weiß, ich weiß... Kommt schon, ja, 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 ja. Ah, ah, aha, 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 wir haben es drüber geschafft, jetzt, fiu, super, super, jetzt müssen wir hier in die Base. Okay, ähm, jetzt versuch, ne, versuch hier drauf zu kommen, nicht wirklich, wer versucht, mach, ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, ah, okay, doch. Jetzt gehen wir erstmal hier hin, perfekt, perfekt, okay, fiu, ne, oh, bam, ähm, 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 Entschuldigung, aber was soll das denn hier? Hey, es wird ja immer seriöser. Uuuuh, komm schon, wisst ihr, dass das Wort, das ich am meisten benutze in dem Spiel ist? Komm schon, ja, weil du einfach, einfach dieses Risiko noch hast, dass du, dass du vorbei, einfach vorbeiraust am Ziel, ja, das ist wirklich, also, das ist auch so ein Grund, warum mir das Spiel sehr gefällt. Komm, naja, schon wieder, komm schon, guck mal, das, das waren, was weiß ich, 2 Meter, die gefehlt haben, ne? Und trotzdem reicht's net, das Spiel ist halt einfach super konzeptiert, kack. Ja, und dann holen wir hier auf, jawoll, jawollo, jawollo wie die Wollo-Checks. Was? Ach, komm schon, ach, komm schon, ach, komm schon. Ui, 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 nee, 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 nee. Ganz sachte, brauner, ganz sachte, brauner. So, okay, okay, dann müssten wir mal, ich hätte da eine Idee, aber ich weiß nicht ganz, ob die funktioniert. Ne, wahrscheinlich doch, muss funktionieren. Ach, ich will jetzt endlich raus aus diesem Level, Mann. Ich trau noch jeden Nerv. Das ist ja wirklich schlimm. So, und wo lang jetzt, bitteschön? Ja, da traf doch keiner, Jungs, da traf doch keiner. So, was soll ich denn da jetzt machen? Das ist, ach, das kann es echt nicht sein. Gut, superschöne Landschaft, ganz Schneekarber. Mal ehrlich. Ach. Wisst ihr, da bin ich. Ah, okay. Ja, okay. Aber wo lang jetzt? Was könnte das etwas sein? Waren wir da nicht grad schon? Da machen wir doch grad. Von da sind wir doch grad eben gekommen. Ach. Irgendwo muss uns das ja hinführen, hier, das Teil. Sonst willst du ja nicht rumfahren. Ich nehme mal an, dass ich keine Ahnung hab. Ja, komm. Ab in den Tod hier. Und und new 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 try. New try machen wir. Komm schon. Und nun 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 ach, ja, ja. Oh, wir sind so einsame Spitze. Da haben wir auch gleich das Level geschafft, nimm ich mal. Ach, komm, da ist der zweite Laserstrahl. Jawohl. Den haben wir uns doch so erarbeitet. Ganz ehrlich. Jetzt will ich nur noch raus hier aus dieser Gegend. Ja. Ähm, ich sprinte hier gerade durch. Also, ich will einfach in die nächste Welt. Jawohl. Komm schon. Also, jawohl und komm schon wird noch ziemlich oft vorkommen jetzt. Was, 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 was? Ich hab vergessen, weh zu drücken. Mit springen allein wird das nichts. Jawohl. Jawohl. Komm, da vorne ist es, glaube ich. So weit kann es gar nicht mehr sein. Okay, da haben wir den Stein falsch erwischt. Sorry, it was my fault. Oh, der Laserstrahl hat uns gerettet. Ich fasse es nicht. Ja, okay. Ah, wir müssen vielleicht hier oben lang. Oder? Nee. Nee, nee. Aber wo müssen wir lang? Ah, ja, klar. Komm, ey. Das kann es doch nicht sein. Ja.